Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchela und heute bin ich hier für euch in Battle for Esser unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Anglerfolg, wofür ihr eigentlich gar nicht angeln müsst. Und zwar heißt der Erfolg geheime Fische und wo sie zu finden sind. Und für diesen bekommen wir dann auch einen schönen, hyperkomprimierten Ozean. Ein nettes Teil werde ich euch am Ende dann nochmal zeigen. Was müssen wir jetzt hierfür genau machen? Wir müssen insgesamt 30 Fische mit einer Fischfinderbrille finden. Und bevor wir das machen können, müssen wir uns erstmal diese Fischfinderbrille besorgen. Die hat quasi einmal hier eine Stunde Abklingzeit und gibt euch einen Buff, der auch eine Stunde geht, wo ihr quasi so Fische finden könnt. Wie das aussieht, schauen wir uns gleich an. Wo kriegen wir jetzt die Brille her? Und zwar müssen wir vorher einen anderen Erfolg absolvieren und der heißt geheime Fische von Mechagon. Für diesen geheime Fische von Mechagon Erfolg müssen wir insgesamt 10 Fische hier auf Mechagon wirklich angeln. Und die können wir dann abgeben bei der Gnomin hier vor mir. Und sobald wir das gemacht haben, kriegen wir das Achievement und diese Fischfinderbrille, die sie selber trägt und ich jetzt hier auch gerade quasi auf habe. Dazu habe ich schon einen Videoguide gemacht, wo die Spots sind, werde ich euch einfach verlinken. Wir steigen jetzt direkt hier in das zweite Achievement quasi ein. Als kleiner Tipp am Rande, ich habe hier etwa 10 Stunden für gebraucht, weil die Fische bei mir noch sehr, sehr schlecht gedroppt sind. Anscheinend hat Blizzard das mittlerweile gefixt und jetzt bekommt man alle beim First Try, wurde mir zumindest von einem Kollegen erzählt. Würde mich mal interessieren, ob das bei euch genauso ist, weil dann würde ich mich ein bisschen ärgern, dass ich hier quasi 10 Stunden rumgebastelt habe. Aber gut, kommen wir zum eigentlichen Hauptteil vom Video. Also, wie sehen jetzt diese Fische aus? Und zwar, ihr seht, ich habe jetzt hier so eine Blase, die kann ich anklicken. Und ich bekomme quasi irgendeinen Fisch, den es hier auch gibt. Hier haben wir Großmeerwels, habe ich bekommen. Der ist sogar noch ein bisschen was wert, 25 Gold. Und jetzt ist es so, alle 30 Sekunden in etwa spawnt um uns rum wieder so eine Blase. Die können wir aufmachen. Und als kleiner Tipp am Rande, ihr solltet auch am besten immer einen Terrain suchen, das relativ gut überschaubar ist, dass ihr diese Blasen relativ leicht seht. Wenn ihr jetzt irgendwo seid, wo viel Gestrüpp ist, wo viel Bäume und anderes Zeug sind, dann seht ihr die schlecht. Und ja, deswegen immer am besten ein schönes, übersichtliches Terrain mit wenig Schnickschnack suchen, dann könnt ihr die relativ gut farmen. Ich sehe jetzt, hier ist gerade auch einer Buggy, das kommt auch ab und zu vor. Gut, wo müssen wir jetzt genau hin? Und zwar, wie gesagt, wir haben insgesamt 30 Fische. Und von diesen 30 Fischen sind 8 Stück schon mal relativ einfach holbar, weil die können theoretisch überall raus troppen, diese 8 Rare Fische. Und diese 8 Rare Fische, die man überall bekommen kann, sind getarnte Heidewitzka, Trugschluss, dann unscheinbarer Katzenfisch, unsichtbarer Gaukler, überraschender kleiner Wal. Dann Salzflosse mit Sammelwert, Reisegrundl, unsichtbarer Stinti, die könnt ihr überall angeln, beziehungsweise aus der Blase holen. Dafür müsst ihr nirgends Spezielles hin. Und dann gibt es einen Haufen anderer Fische, da müsst ihr an bestimmte Spots gehen, beziehungsweise zu einer bestimmten Uhrzeit oder über andere Sachen angeln, beziehungsweise die Blasen anklicken. Da haben wir einmal Verdorrte Blut, Verdorrter Blutdorch heißt der, und den findet ihr nur in Nassiatar. Und zwar gucken wir jetzt hier einmal nach Nassiatar. Ich zeige euch jetzt mal die Spots. Und zwar hier in der Mitte, quasi um den Raid, nur dort findet ihr den Fisch. Dann den nächsten, den wir haben, ist Seemannsgarnfisch quasi. Und diesen Seemannsgarnfisch, den findet ihr nur in Pandaria, und zwar im Jadewald. Den nächsten Fisch, den wir haben, ist der Donner, ist die Donner, Donnerfunder, nee, Donnerflunder, so rum. Wo haben wir sie? Die haben wir nur hier auf der Insel des Donners. Und zwar könnt ihr die hier überall angeln. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommt, wir haben hier dieses Shadowpan-Lager. Und zwar haben wir hier einen Ali-Port und da einen Horden-Port. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, kriegt ihr aber auch direkt eine Quest, die euch einmal da hinfliegt. Müsst ihr einfach Low-Level-Quests quasi anmachen und dann seht ihr das schon. Dann Fisch Nummer 12 bekommen wir in Dalaran. Und zwar im Nord, äh, nicht im Nord in Dalaran, sondern in dem Legion Dalaran. Heißt, ihr müsst hier zur verhärten Küste und dann hier nach Dalaran einfach in dem Gebiet aufmachen. Dann haben wir den 13. Fisch. Und dafür müssen wir einfach in Mechagon das Ding machen. Also heißt hier einfach auf der Mechagon-Insel die Bubblen aufmachen. Da müsstet ihr den bekommen. Dann, was haben wir als nächstes? Uralte Manaflosse. Die bekommen wir im Hafen von Suroma. Heißt, wieder zurück nach, äh, zu der verhärten Insel. Und dann, ähm, wichtig, nicht hier irgendwo in Suroma, sondern hier unten bei dem Hafen. Da kriegt ihr es nur. Hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das gekriegt habe. Aber wie gesagt, anscheinend haben sie den jetzt gefixt, den Erfolg. Das nächste, was wir haben, ist Sträflingsfisch. Und den haben wir einmal in Tolberat. Und zwar müssen wir dazu einmal hier rüber, hier hin nach Tolberat. Und, ähm, in Tolberat habe ich ihn quasi hier in diesem Sumpf gefangen. Also manche Fische bedürfen quasi, ähm, ja, einer bestimmten Unterzone. Bei mir war es, habe ich ihn quasi nur hier im Sumpf fangen können. Genau. Dann, was haben wir als nächstes? Gezackt der Fjordflosse. Die haben wir einmal im Heulenden Fjord. Und zwar hier oben. Und ich habe meine hier in, in der Ali-Base gefangen. Aber es geht wahrscheinlich auch hier ein bisschen davor. Also da müsst ihr ein bisschen schauen. Aber Heulender Fjord ist auf jeden Fall schon mal die richtige Zone. So, dann haben wir Nummer 17. Toter Teufelsknochen. Den könnt ihr nur in Argus angeln. Und zwar müsst ihr da wieder, verhärte Küste, dann einmal nach Argus. Und dann in dem Startgebiet müsst ihr quasi euch einmal hinbegeben. Und dort in Krokun könnt ihr den Fisch eigentlich überall euch besorgen. Ihr solltet halt wieder, wie gesagt, eine Fläche suchen, die einigermaßen, ähm, ähm, ja, einigermaßen eben ist, dass ihr es leicht bekommen könnt. Das nächste, was wir haben, ist Tortolanischer Aquarin. Aquarina, so rum. Und zwar bekommen wir den in Drustwar einmal. Und zwar, ähm, einmal hier nach Drustwar. Und dort, ähm, habe ich ihn quasi in dieser Taverne von den Tortolanern bekommen. Das ist hier unten. Heißt, äh, hier ist ja dieser, ja, Hordenaußenposten, beziehungsweise jeder Hafen heißt das. Und dort können sowohl Allianzler als auch Hordler quasi nach, äh, nach da hinten fliegen. Und unten, quasi unter dem Lager, ist so eine kleine Taverne mit ein paar, ähm, Tortolanern. Und da findet ihr diesen Fisch. Das nächste haben wir, äh, verdönisierte Flunder. Und das ist jetzt der beschissenste Fisch. Und der war nämlich, ähm, ähm, hier einmal im Pandaria. Und zwar im Kunlai. Und dann ganz oben im Kunlai-Gipfel. Also heißt, es gibt da ein Gebiet, das heißt Kunlai. Und dann gibt es ein Gebiet, das heißt Kunlai-Gipfel. Und ganz oben im Gipfel, da müsst ihr hin. Und da sind nämlich schon zwei Blasen da. Und ich habe da, glaube ich, zwei, drei Stunden verbracht. Es ist aber so, dass ihr nicht hier ganz normal eure eigenen Blasen anklicken müsst. Sondern ihr müsst mit einer von den beiden Blasen interagieren, die da oben schon sind. Ihr könnt die aber nicht anklicken, solange ihr irgendeinen von diesen Rarefischen im Momentar habt. Heißt, ihr müsst alle von diesen Rarefischen löschen. Und dann könnt ihr erst diese beiden Fische anklicken. Zumindest war es bei mir noch so. Es kann sein, dass sie es mittlerweile gefixt haben. Heißt, da müsst ihr mal schauen. Vielleicht dementsprechend, ähm, ja, mal gucken, ob ihr vielleicht vorher schon draufklicken könnt. Aber die Fische braucht ihr eh für nichts. Also ihr könnt die eigentlich direkt immer löschen, sobald ihr den gefangen habt. Ganz am Anfang waren die noch 25 Gold wert. Aber da konntest du ein bisschen was exploiten. Deswegen hat Blizzard das wieder rausgenommen. Genau. Ähm, dann haben wir den. Den nächsten, den wir haben, ist ein Nasiata. Nasiata, das ist der, wie heißt der, Monarchininschmauser. Monarchininschmauser. Das sind so Namen, die ich halt, die ich fast nicht rausbringe. Okay, und den könnt ihr eigentlich überall in Nasiata holen. Ich habe mal einen, glaube ich, hier oben geholt. Da ging's, da war es einigermaßen, oder war das, nee, ich war es hier, glaube ich. Da war es einigermaßen eben. Das kann ich empfehlen. Dann haben wir Brunnenlaura. Der ist einmal im Hial, da müsst ihr hier rüber. Und zwar, ähm, am besten unter Nordrasil, also in dem Bereich. Ich kann hier den Bereich empfehlen, da ist es am übersichtlichsten. Aber Nordrasil ist allgemein arg zerklüftet mit vielen Bäumen. Also da müsst ihr ein bisschen schauen. Der hat bei mir auch ein bisschen in Anspruch genommen an Zeit. Und was haben wir als letztes dann noch? Ertrunkener Goldfisch. Den haben wir einmal dann wieder hier in Kultiras, und zwar Sturmsangental. Und da könnt ihr ihn eigentlich auch überall angeln, beziehungsweise aus der Blase holen. So, das sind so die Fische, wo ihr jetzt zu einem bestimmten Spotten müsst. Jetzt sind wir insgesamt bei 4, nee, bei 22. Jetzt haben wir noch zwei Fische, die quasi an der Urzeit gebunden sind. Und zwar Scheuer Flossenblättler, der erscheint nur zwischen 18 und 6 Uhr, also sprich nur in der Nacht. Den könnt ihr auch überall angeln, also da ist es vollkommen egal, wo ihr seid. Die andere Geschichte ist Goldener Sonnenanbeter, der ist halt dann nur von 6 Uhr bis 18 Uhr da, also quasi nur am Tag. Aber die könnt ihr auch überall holen. Dann habt ihr noch vier Fische, die ihr nur in der Geisterwelt holen könnt. Heißt, ihr müsst euch selbst töten, oder ihr werdet von einem Mob getötet. Wenn ihr vorher die Brille drauf habt, ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Jetzt fliegen wir mal ein bisschen hoch, bringen uns einmal um. Und ihr behaltet diesen Brillen-Buff. Also ihr habt jetzt immer noch den Buff drauf. Und ihr könnt jetzt quasi hier auch in der Totenwelt nach diesen Fischen Ausschau halten und die auch anklicken. Und da haben wir dann insgesamt vier Fische, also Nummer 25 bis 28, die ihr quasi in der Totenwelt einmal holen könnt. Und wie heißen sie? Schleiergeist heißt der erste. Zielwasserbarsch, stiller Treiber und Sakrallachs heißt der letzte. Also das sind insgesamt die vier, die ihr da einmal rausbekommen könnt. Und dann fehlen jetzt noch zwei Fische. Und zwar ist das einmal grüner Sägebauch. Und für diesen grünen Sägebauch müsst ihr euch einmal hier auf Mechagon wieder hinbegeben. Und ihr müsst euch einmal grün einfärben. Und zwar habt ihr ja da hinten hier diese Katzenfärbeanlage, wo ihr euch euer Mount einfarben lassen könnt. Beziehungsweise die Farben für diesen einen Trock da hinten holen könnt. Und dort müsst ihr euch mit der grünen Farbe einfärben und dann quasi hier auf Mechagon die Bubbles aufmachen. Hier ist es schon ein bisschen blöder, weil hier ziemlich viel Zeug rumsteht und dieser ganze Schrott ist. Also da sieht man das echt ein bisschen schlecht. Habe ich auch ein bisschen für gebraucht. Genau, das ist Nummer 29 und Nummer 30 ist dann verschrobene Schrottflosse. Das ist das letzte und das können wir auch hier auf Mechagon besorgen. Und dafür müssen wir aber in die andere Zeitzone. Das können wir über zwei Wege machen. Und zwar zum einen, indem wir mit Chromie sprechen, wenn gerade die Dailies da sind. Die haben wir nämlich hier hinten. Ich glaube heute müssten die Dailies da sein, oder? Waren die heute da? Doch, Chromie ist heute da, genau. Also wir können einmal mit Chromie sprechen hier. Die bringt uns rüber. Und wenn gerade nicht die Chromie Dailies sind, dann könnt ihr wenn dann auf Chromie warten. Oder ihr stellt euch ein Item her, persönlicher Zeitverzerrer oder irgendwie so heißt es. Persönlich, ah da haben wir es genau. So rum. Zeitverschieber, genau. Persönlicher Zeitverschieber, genau. Persönlicher Zeitverschieber, das könnt ihr euch beim Pascal bauen, wenn ihr das Rezept bereits ergaunern konntet. Und mit dem könnt ihr euch quasi immer in diese zeitverschobene Zone begeben. Und hier könnt ihr dann den letzten Fisch euch holen. Genau, das waren dann soweit alle. Ich würde euch raten, fangt hier auf Mechagon an. Holt euch quasi den zeitverschobenen Fisch, einmal den grünen und den normalen, diese drei. Dann könnt ihr quasi anfangen, die ganzen Fische, die in den Zonen sind, zu holen. Und ihr solltet halt irgendwo gucken, dass ihr nebenbei, also dass ihr ein paar Fische am Tag macht und ein paar Fische an der Nacht macht. Dass ihr quasi die zwei Tagesabhängigen Fische kriegt. Und nebenbei bekommt ihr sowieso die acht Fische, die man überall bekommen kann. Also das ist alles kein Problem. Und ja, gut, irgendwann müsst ihr halt euch noch opfern und die vier Fische holen, die ihr nur bekommt, wenn ihr, ja, wenn ihr tot seid. So, jetzt drücken wir das mal wieder weg. Und zwar zeige ich euch jetzt noch das Item, was wir als Belohnung bekommen. Das letzte Item haben wir einmal hier als Toy drin. Und zwar bekommen wir da ein Ozean. Ozean hier, hyperkomprimierte Ozean. Und was macht das schicke Ding? Achso, ich muss hier vom Flugmaier drunter. Da kann ich einfach so eine Blase hinstellen und da kannst du reinangeln. Und da können übrigens auch alle anderen Leute mit reinangeln. Ja, und du kriegst da einfach alle möglichen Fische aus allen möglichen Contents raus. Jetzt können wir mal gucken, was wir jetzt hier rausziehen. Jetzt hat es gerade angebissen. Jetzt haben wir hier eine Kiste rausbekommen. Versiegelte Kiste und was haben wir da drin? Schau mal, da haben wir Sachen aus MOP drin zum Beispiel. Also hier kann wirklich alles mögliche drin sein. Heißt, wenn es im Raid mal langweilig ist, einfach so diesen Ozean aufstellen, diesen komprimierten und ein bisschen angeln, wenn man am Warten ist. Ist eine nette Sache. Zusätzlich kann man sich den Helm noch dran klicken. Dann kann man hier noch kleine Blasen suchen. Ist auf jeden Fall eine schicke Geschichte. Und dann seid ihr damit auch mit einem Achievement durch. Wie gesagt, bei mir hat es etwa 10 Stunden gedauert. Ich schätze mal jetzt, da es gefixt ist und man anscheinend jedes Mal First Try die Fische bekommen kann, ja, wird es wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern, beziehungsweise noch ein Bruchteil. Mich würde echt interessieren, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das waren alles soweit, was ich an Infos euch geben kann. Ich hoffe, euch konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.